Es ist Mittwochabend und wo ist der Born? Der ist heute ausnahmsweise mal nicht im Studio mit Chimiso-san. Ich hatte eben gerade telefoniert, bin da per Telefon zugeschaltet worden. Das liegt einfach daran, dass ich hier ein paar Updates noch fahren musste, bevor wir hier richtig wieder in die Feuern gehen können. Also heute aus technischen Gründen konnte ich nicht im Studio sein, dementsprechend auch nicht Nana-chan und Chimiso-san besuchen, um mit ihnen über die Märkte zu sprechen. Und trotzdem können wir das natürlich trotzdem an dieser Stelle. Und ich habe hier mal den Dow Jones mir mal angezeigt und ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal auf diese Art und Weise. Dann sieht man nämlich ein wenig nochmal das gesamte Ausmaß. Und zwar geht es mir bei der Geschichte gar nicht so sehr darum, dass der Markt jetzt um 10% gefallen ist. Das wird immer wieder von vielen betont. Mensch, hier von fast 30.000 von da oben runter jetzt bis hier. Ich weiß nicht, ob man es so richtig erkennen kann. Das ist doch ein Riesensprung. Ja, aber Größe alleine ist in diesem Fall nicht entscheidend. Was ich nämlich sehr, sehr wichtig finde, sind zwei zusätzliche Komponenten. Und das eine ist die Art und Weise. Und die ist sehr senkrecht. Man sieht das hier, diese Bewegung, das ist fast wie aus einem Guss. Das ist eine einzelne Bewegung. Und der Markt mag es eigentlich ganz gerne, mal so ein bisschen ABC-mäßig zu gehen. Irgendwie mal mit einer Unterbrechung dazwischen. Das muss natürlich nicht immer symmetrisch sein, aber das ist eigentlich so ein Klassiker. Wenn es eine einzelne Bewegung ist, das kann es geben. Das ist ein Sonderfall. Kommt auch häufig genug vor. Aber eben in vielen Fällen auch nicht. Und deshalb sollten wir das im Auge behalten. Also wir haben schon zwei Argumente. Das eine ist die Größe. Mensch, 10% Rücksetzer. Das zweite ist sehr direkt das Ganze. Was ist das Dritte, was mir ein bisschen Sorge bereitet? Das ist das Zwischenhoch, was wir hier hatten. Das ist aus, ich fahre mal mit dem Cursor hin, damit ich nichts Falsches sage. Das ist das Hoch vom 16. Juli oder einen Tag davor in 2019. Und da sind wir unten durchgegangen. Das heißt, wir haben dieses klassische Bild der Kursüberschneidung. Eine Überschneidung ist nicht verboten. Sie kann vorkommen, sehen wir ja gerade, aber sie deutet was an. Geht sie gegen den Trend, wäre es ein typischer Hinweis für die Korrektur. In diesem Fall gehen wir aber mit dem Trend, denn wir haben alle in Erinnerung, Mensch, die letzten zehn Jahre ging es doch eigentlich nur nach oben. Und ja, wir wissen doch alle, dass es ein Aufwärtstrend ist. Aber wenn es in Trendrichtung Überschneidung gibt, ist das eher ein Zeichen dafür, hey, vorsichtig, da kommt jetzt erst mal ein Ende der Bewegung. Wir haben das zufälligerweise hier gerade gehabt. Beispielsweise hier in dem vorderen Teil. Ich kann das mal so halbwegs zeigen. Wir machen das jetzt mal ruhig hier mit dieser Kamera, sonst mache ich hier immer Screenshots oder das Live dann. Das ist Weihnachten 2018 gewesen und es ist dann ja gestiegen bis April 2019 hier irgendwann. Und dann sehen wir, dass dieser letzte Anstieg ebenfalls mit Kursüberschneidung passiert ist. Ich will das nicht überbewerten. Das ist aber so ein typisches, klassisches Bild. Wenn es in Trendrichtung geht und dann in Trendrichtung mit Überschneidung unterwegs ist, dann ist das ein klassisches Zeichen, dass die Trendrichtung mindestens mal vorläufig zu Ende ist und ein Rücksetzer kommt. So, wenn wir das hier in dieser Gesamtbewegung haben, wenn wir hier jetzt anfangen, Überschneidungen zu bekommen, dann bedeutet das, dass diese Trendbewegung irgendwann jetzt zu Ende ist. Entweder ist sie das jetzt schon und der Kurs fällt wie ein Stein hin, dann wären typische Ziele irgendwo in dieser Nähe. Wir hatten das hier vorne ja auch, dass wir sogar hier unten drunter gefallen sind unter diesem Punkt. Also dann sind wir schnell Richtung 22.000, darf auch ein bisschen niedriger gehen. Hört, hört. Ich kann und ich will aber jetzt noch nicht den Hinweis geben, ja, das ist jetzt das nächste Ziel, was wir haben. Das hängt jetzt extrem davon ab, was hier jetzt als nächstes kommt. Wenn der Markt jetzt sehr schnell wieder steigt, das haben wir letztens häufiger mal gesehen, dann ist das nochmal ein Aufbäumen. Trotzdem bleibt die Überschneidung, dann wären jede weitere Hochs im Prinzip nur, ah, okay, einmal hoch schaffen wir noch und danach geht das dann irgendwann runter. Was auch immer einmal hoch heißt, das können wir uns dann später nochmal angucken. Aber wir sind dann trotzdem am Ende der Bewegung, selbst wenn es noch ein bisschen höher mal ginge, um anschließend wieder nach unten zu fallen. Wenn der Markt jetzt es aber nur wackelig nach oben schafft, dann haben die Bullen schon aufgegeben, dann sind die Bären schon am Drücker und dann haben wir so eine halbe Strecke hier ungefähr zu erwarten, vielleicht so 28.250, irgendwie sowas, so halbe Mitte hier Fibonaccis könnte man noch anlegen dann, je nachdem, wo die Tiefs dann auch tatsächlich waren, um dann den nächsten Schub nach unten zu haben. Ich kann noch nicht sagen, welche dieser Varianten das ist. Ich kann ja auch nicht in die Zukunft gucken, aber diese beiden Szenarien, die stehen an. Das heißt, es liegt jetzt hier in dieser Mitte mehr oder weniger, wie der Markt da hinläuft. Was bringt mir denn das als Trader, wenn ich wieder nur gucken muss, was in der Zukunft passiert? Jetzt zu kaufen, um zu sagen, es geht 100% sicher nach oben, ist aus meiner Sicht nur etwas für die Kürzerfristigen, die sagen, hey, ich gehe auch mal nur ein paar Tage oder ein paar Stunden in den Markt. Super. Aber es ist aus meiner Sicht nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt massiv auf die Höhe zu gucken, wenn man sagt, naja, solche Drops oder größere will ich nicht aussitzen. Und längerfristige stehen ja dann vor der Versuchung. Also wer aussitzen will, der muss damit rechnen, auch so eine Bewegung aussitzen zu müssen. Er sagt, das ist mir dann doch eine Stufe zu viel. Der sollte jetzt im Moment nicht aktiv sein. Kleine, kurzfristige Trader können natürlich sagen, hey, das ist doch so geil gerade. Auf diesen kleinen Zeit-Ebenen können wir doch mit Sicherheit irgendwas machen. Wir sehen das ja immer wieder hier auch im kleinen Chart. Hier, das ist zum Beispiel beim Stundenchart, dass es da Muster gibt, wo man sagen kann, hey, da kann ich auf die Short-Seite, wackele ich hoch, Short-Seite oder umgekehrt. Hoch, ich weiß gar nicht, ob man sehen kann. Hoch, bisschen runter, dann wieder auf der Long-Seite. Und das geht natürlich unbesehen. Wir sehen also, das Gesamtbild könnte sich im Moment maßgeblich drehen. Es ist maßgeblich etwas anders, als es normalerweise sein sollte. Und das ist ein bisschen neu. Also keine Panik, aber Vorsicht ist weiterhin geboten. Achtet jetzt darauf, wie der Anstieg ist. Bleibt es bei Bärenflaggen, also so ein bisschen wackelig hier auf dem Weg nach oben, hat man die Chance nochmal zu Shorten, um dann die Abwärtsseite nochmal zu fahren. Schießt der Kurs jetzt nach oben, kann man auf wackelige Abwärtsbewegungen setzen, sich dann Long rein triggern lassen, wenn der Markt dann den nächsten Schub dann nach oben macht. Das haben wir schon so oft besprochen. Wer es nicht mehr genau weiß, wie das geht, sollte sich entweder beim Trade des Tages anmelden. Dort kriegt er natürlich immer wieder mal einen Trade von uns vorgestellt. Oder aber für den Trade to go. Dort besprechen wir solche Sachen mehrfach teilweise am Tag, wo wir Informationen dieser Art auf Smartphone schicken, dass man einfach informiert ist, wie sieht es da aktuell aus. Aber es sind nicht nur aktuelle Informationen und Ideen zum Handeln, sondern auch immer ein bisschen Lerneinheiten, damit man sich überlegen kann, okay, so nähere ich mich der Geschichte. Übers Wasser gehen können wir natürlich auch nicht, aber wir können zeigen, wie man mit hohen Gummistiefeln links nicht so nass wird. In diesem Sinne alles Gute. Bis zum nächsten Mal.